Marcha Real ist die Nationalhymne von Spanien. Sie ist eine der wenigen Nationalhymnen ohne Text. Die spanische Nationalhymne ist eine der ältesten in Europa. Erstmals nachweisbar ist sie 1761 im Libro de Ordenanza de los doques Militares de la Infanteria Espanola von Manuel Me Espinoza unter dem Titel Marcha Granadera Weit verbreitet ist der im 19. Jahrhundert in Spanien entstandene Mythos, der Komponist sei Friedrich II. von Preußen gewesen, der sie Karl III. gewidmet habe. Diese Behauptung beruht jedoch auf falschen historischen Voraussetzungen. Ebenfalls umstritten ist die Behauptung, 1770 sei die Marcha Granadera von Karl III. per Dekret zum offiziellen Ehrenmarsch erklärt worden. Erst gegen Mitte des 19. Jahrhunderts in der Regierungszeit Isabelas II avancierte sie zur Marcha Real. Texte der Marcha Real Die Marcha Real hat seit nunmehr 250 Jahren offiziell keinen Text. Inoffiziell wurden ihr allerdings häufig Texte unterlegt, die oft große Popularität erlangten. Die ältesten Phase aus dem Jahr 1843 stammen von Ventura de la Vega, während der Herrschaft König Alfons XIII. wurden der Marcha Real-Phase von Eduardo Marquina unterlegt, wieder, wieder, futuro de la patria, cuéon, tu es ochos es abierto corazon. Punkt. Nach dem Ende der Franco-Herrschaft gab es angeblich Bestrebungen, diesen Text auch offiziell zum Text der spanischen Nationalhymne zu erklären. König Juan Carlos I. soll sich allerdings dagegen entschieden haben, der Marcha Real einen Text zu unterlegen. Nachdem die Marcha Real während der Zweiten Republik durch den Hymno de Rio ersetzt worden war, führte Franco la Marcha Real wieder ein. Während seiner Diktatur wurde manchmal die Nationalhymne mit Fasen des Dichters Jose Maria P. Mann gesungen. Auch dieser Text wurde aber nie offiziell anerkannt. Im Januar 2008 wurde ein Text vorgestellt, der das Ergebnis eines Wettbewerbes des spanischen Nationalen Olympischen Komitees war. Anlass für den Wettbewerb war, dass das NUK der Meinung war, die Fußballer müssten vor einem Spiel die Hymne mitsingen können. Aufgrund weitgehend negativer Reaktionen in Politik und Öffentlichkeit wurde dieser Vorschlag jedoch nach wenigen Tagen zurückgezogen. Der Triple-Hymno In der Zeit des Fränquismus war die Marcha Real Teil des Triple-Hymno eines Mädlis, welches sich aus in dieser Reihenfolge der karlistischen Hymne Marcha di Orie Mendi, der phalanquistischen Parteihymne Chara al Zoll und der Marcha Real zusammensetzte. Der Triple-Hymno erklang bis 1976 jeweils zum Sendeschluss von Radio National de Espaner. In der Zeit des Fränquismus war die Wettbewerbs des Wettbewerbs des Wettbewerbs des Wettbewerbs des Wettbewerbs des Wettbewerbs des Wettbewerbs. In der Zeit des Fränquismus war die Wettbewerbs des 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 W